ja ich bin es Eurek Player HD wir spielen heute Pixel Gun 3D Pocket Edition auf dem Tablet wir spielen Team Gun auf dem himmlischen Garten diese Karte empfohlen, doppelhochsener, doppelhochsener, ich mach die Musik ich hab das Spiel schon lange also ich hab das Spiel schon mal die ist dann ja noch der Blogie Wama, Ere ist dann im Team, ok Negoel, Macht, Herr, Quar, und Ghost, das geht nicht hin ja, man sieht es auch an meinen Waffen hier Hellraiser, dann Verläufer, Feuerdämonen, hier ist ja keine Ahnung und Armageddon und und hey Leute, können wir? ich glaub schon das geht ja um was? kill ist es ah, endlich mal ein kill ist hier oh, das ist ein paar Probleme, ich nehm' nur die Lüten ich 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 bin eigentlich ganz gut am Spiel ich ich im ich Es ich 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 Oh, fuck! Oh mein Gott! Nein! Nein! Oh mein Gott! Nein! Ich hab einen Geck ab! So! So ein Fehl! Ein Einhorn! Ich hab einen blauen Team! War ich einen blauen Team? Ja, okay, ich hab wieder blau. Ich hab eine neue Schwefart- In der Kramp- Ich mach mal aus. Das ist die Nightclub! Nein! Warum wird mir das Kack gar nicht gebraucht? Nee, Munition kann ich... ...hierbe gebrauchen. Hä? So, ich hab's gemacht. Ihr restet! Ich steu aufgeschickt! Ich steu aufgeschickt! Ich steu aufgeschickt, der oben steht. Das war's für heute. Was? Nein! Doch ein Haken! Munition könnte ich hier gut verleuen. Hill-Razor. Ich denke, dass es noch ganz schön ist. Ich denke, dass es noch ganz schön ist. Nein, ich habe einen Rimmel. Ich habe einen Rimmel. Es ist ein Rimmel. Das ist ein sehr guter Wettbewerb. Das ist ein sehr guter Wettbewerb. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ich hab noch vorher ein bisschen Panzer rum, aber ich hab schon volle Panzer rum, also. Oh, das ist so dumm, Alter. Armageddon aus dem Nahkampf. Blau die Leute, was gerade? Ja! Oh, Mann! Alter Leute, holt euch den Hellraiser. Ne, der beste Freund, also diese Anfangs-M. Hier war es, glaube ich. Ah, der kardiert ja hier gegen den Schroß. Na, ey, was? Mann, wo ich hänge von mir hatte ich vier... äh, zehn Granaten. Vier Granaten mehr, genau. Wir leben! Äh, ja, wenn ich... Äh, ja, wenn ich... ...bis... ...aw! gespielt mit dem Hellraider. MEIN! Und dem, alter! Auch dem Hellraider. LFCs. Ok, Leute. Liken, wenn es euch gefallen hat. Wer noch nicht abonniert hat, abonniert. Ja, schreibt was sich verbessern soll. Und... Ja, Leute. Haut rein, Leute. Ciao!